Wenn das Motorradstraßenrennen nicht so gefährlich wäre, würden es nicht so viele machen. Man nennt sie Straßenrennfahrer. Männer, die mit ihren Motorrädern über gewöhnliche Landstraßen in Irland rasen. Kranzsteine, Telegrafenmaste, Steinmauern. Was die Fahrer die Wohnungseinrichtung nennen, kann nicht entfernt werden. Für einige, wie die Brüder Michael und William Dunlop, ist es ihrer Art zu leben geprägt von der vorangegangenen Generation. Von ihrem Vater Robert und seinem Bruder Joey. Zwei der erfolgreichsten Straßenrennfahrer der Welt. Für einen Straßenrennfahrer liegen Erfolg und Tragödie hauchdünn nebeneinander. Dann kam es aus den Lautsprechern. Er hatte einen Unfall, hab seine Hand gehalten. Sie sehen jetzt Dunlop an der Innenseite. McInnes will Elkin einholen. Tausende von Menschen waren bei Michael und trieben ihn zum Sieg an. Und du bist mittendrin. Du spürst die Hitze, pürst den Krach. Wenn du dir vorstellst, als Zuschauer dabei zu sein, dann stell dir erstmal vor, wie es ist, selbst auf so einer Maschine zu sitzen. Denkt man, die sind verrückt. Aber sitzt man auf dem Motorrad, hat man die Kontrolle. Da! Dunlop zieht ihn ab! Fantastisch! Michael Dunlop macht ernst! Es ist die Herausforderung, sich der Gefahr zu stellen und sie zu besiegen. Das ist es, was den Sport so attraktiv macht. Das ist die Geschichte von zwei Brüderpaaren, zwei Generationen und einer Familie. Vereinigt durch den Ruhm und vereinigt durch den Verlust auf den Straßen.